Microsoft Teams ist ein Learning Management System, ist seit zwei Jahren auf dem Markt und hat eine chatbasierte Umgebung, vergleichbar wie WhatsApp und ist für digitale Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen geschaffen worden. Natürlich mit unendlich viel mehr Möglichkeiten wie in WhatsApp. Es ist ja für die professionelle Zusammenarbeit gedacht. Schließlich wird es auch von professionellen Filmen genutzt. Die Schülerinnen und wir können uns also geschriebene Nachrichten mit der ganzen Fülle von Emoschikerns, GIFs und so weiter schicken. Darüber hinaus Audio- und Videoanrufe oder auch Gruppenanrufe tätigen. Natürlich können Schülerinnen und Läber, sondern auch die Teams-App auf ihre Smartphones lagen. Der pädagogische Ansatz dabei, wir holen damit die Schülerinnen in ihrer Welt ab und führen sie mit unserer Welt zusammen. Ihre vertraute Message-Umgebung am Handy wird damit mit unseren Schulinhalten vernetzt. Wir Lehrpersonen können Ihnen zu jedem unserer Unterrichtsthemen, Materialien wie Arbeitsblätter, Lernvideos, Quizseiten zu unseren Themen, jede beliebe Webseite, Learn-Apps und vieles mehr in dieser Umgebung zur Verfügung stellen. Der große Vorteil dabei, Sie müssen prinzipiell diese Umgebung nicht verlassen. Sie müssen also keine Links anklicken, wo Sie dann vielleicht mit Werbung konfrontiert werden. Alle Dokumente und Webseiten können direkt auf Teams eingebettet werden und auch dort bearbeitet werden.